Hallo, wir zeigen euch heute die Reverse Flights. Dafür geht ihr mit gerademem Rücken nach vorne. Haltet den Bauch auf Spannung Rücken gerade, nimmt die Arme zur Seite raus und geht Richtung Boden nach vorne zusammen und zieht die Schulterblätter hinten wieder zurück. Achtet darauf, dass der Bauch und der Rücken gut angespannt ist, ihr richtig schön in die Schulterblätter zusammenzieht.